Hast du was gesehen? Verdammter Hauptmann, gib immer mir die Scheißarbeit. Hör zu, Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Posten! Was soll... Diese verfluchten Ratten! Die Schreie der Schreie vorbei. Die Schreie waren wieder. Hier ist die Schreie. Sie haben die Schreie aus dem Platz zu tun. Ich werde nur sagen, dass ich viel Arbeit habe, Ich habe mich nur auf die Barsen geblieben, in der Barsen, in der Barsen, in der Barsen. Man braucht die Details. Auf jeden Fall, als die Deutschen weg waren, habe ich meine Fähigkeiten gearbeitet, um nach Westen zu der Britische Front, so wie ein Alleycat. Zwischen mir und der Britische Front waren die Deutschen Trenchen und die Deutschen Fähne. Oh, und halve der Bevölkerung von Berlin. Alle spoilen für eine Kampf. Barsen! Chao! Mille Jahre lang reichen nicht! Es geht auch vor dir! Feuer uma magma! Lenke die Schlventer! Ich finde dich! Komm, die Schmerde den Töten! Ich mache dich fertig! Es war alles umsonst, jetzt sch Minke! Der ist direkt vor dir. Du hast nicht die geringste Chance! Der kann nicht falsch sein! Der ist direkt vor dir! Ich sehe ihn! Achtet darauf, wo ich hinschieße! Ich seh dich, Arschloch! Er darf uns nicht hinterlegen! Du bist in unserer Stimme! Ich seh dich! 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 Dann mach ich kurz! Ich seh dich! 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 Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Ihr habt meine Freunde getötet! Ich habe ihn! Kameras getroffen! Blockiert ihn! Jetzt! Sei auf der Hucht! Er kann überall sein! Jetzt ganz in der Nähe! Sei vorsichtig! Ammarat gefallen! So, rücker! Der Starkum ist unterwegs! Die Mord! Ich weiß, dass ich da drauf bin! Ich weiß dann! Ich bin überraschend Untertitelung des ZDF, 2020